Einen schönen guten Tag, ich bin hier immer noch aus der Frankfurter Mufmester, genauer gesagt vor der Mufmester. Ich habe hier mein kommendes Buch vorgestellt, am Ende, ein autobiografischer Roman, der kommt spätestens im Dezember, also rechtzeitig vor den Jahresendfeiern und so weiter. Liebe Leserinnen und Leser, ich habe hier mal vor der Buchmesse dieses Buch vorgestellt. Und ich habe es nicht auf der Buchmesse vorgestellt, weil da fehlten mir ein paar tausend Euro für einen Stand. Aber immerhin habe ich hier etliche Flyer zum Teil mit Anschreiben noch in die Hand verteilt. Immer 100 waren es auf jeden Fall, zum Teil nur hinten an der Straßenbahnhandestelle, oder vor, nach vor. Und auch an den Lisa hier, da ist ja auch eine U-Bahn und so weiter. Anderdings haben mich da zwei zugegeben freundliche Sicherheitsveramte nach einiger Zeit informiert, und das auch noch zum Messengelände gehört und hier Wärmung auch für Bücher natürlich nicht erwünscht ist. Aber sie waren sehr freundlich, ich habe mich dann auch entfernt, und natürlich möchte ich dem Buchmesse auch keine Schwierigkeiten machen. Ich will da keine immer große Konkurrenz aufbauen. Ja, 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 ein bisschen sozial muss es ja auch im Grafikanismus zugehen, und sonst merkt man das so zu sehr. Aber noch was anderes, das wird klappen, wie das Buch. Das wird klappen. Die Arme ist in der Zeit vollgeschritten. Und, ähm, ich habe auch Wärmematerial erstellt, wie gesagt, Kleier. Ich habe einen Aufsteller, zwei Meter hoch, für Innenräume. Ich habe ein wetterfestes, ja, wie sagt man, Fanner-Plakat, aus wetterfestem Material. Habe ich auch dabei, aber das zeige ich dann lieber hier nicht aus, ne? Ja, ähm, da habe ich alles, ne, und noch mehr. Was ich damit sagen will, wenn jemand Interesse hat, dass ich eine Lesung mache, eine Buchvorstellung, in alternativen Lokalen, in Buchhandlungen, in Büchereien, mache ich gerne, ähm, nur schnell eine E-Mail, dann kommen wir ins Gespräch, denke ich. Ähm, ja, oder mehr auch, äh, ein, äh, wenn ich Exemplar haben möchte, ein Rezensionsexemplar, gerne an mich wenden. Ich kümmere mich dann darum, dass das so früh wie möglich kommt. Und wer die Beschreibung liest und hört von meinem Buch und hat ein besonderes Interesse daran, kann sich das aber finanziell noch nicht leisten, schreibt mir bitte auch eine E-Mail. Ich gucke dann, ob und was wir da nicht irgendwie machen können, dass das trotzdem gelesen werden kann. Mache ich gerne, nur, weil es irgendetwas geht, äh, wenn es hunderte und tausende sind, ist es ein klein wenig schwierig, äh, aber auch dann ging ja immer noch, ähm, PNF, also virtuell sozusagen, ja, und das war's jetzt eigentlich. Ich hab auch gar nicht genug geredet, äh, äh, ist ein wichtiges Buch, äh, vom Fausten-Nozialarbeiter-Deutschland. Ich lebe auf eure Pfosten. Ja, auf eure aller Pfosten, weil, ich zahl's ja Schwerstahler. Ja, und, äh, wenn ihr einkaufen geht, die zahlt ihr Mehrwertsteuer, ne? Also, mich selbst, jeder Mensch bezahlt mich und eigentlich für nichts. In drei Jahren. Ein Thema in meinem Buch, aber nicht das Einzige. Kommt auch viel über die 17er-Jahre vor und, oder meine Krebserkrankung, wie das so gelaufen ist, ne? Und noch einige andere Dinge. Macht's los! Ich freu mich, von euch zu hören. Wir flangen Frostpark. See you!